Weißt du, wofür das ist? Das ist eigentlich nur zur Einschüchterung, weißt du, da denken die so, ah, der kann eh nix und sowas und dann, ah, schlimm ist das, das stimmt auch noch, ey, oh man. So wie auf, so wie auf Favelas, oh, guckt euch den Smoke an, alter, oh, haben die das gesagt? Ja, und dann hat der da so'n, eben noch was drauf gehauen. Elf, 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 irgendwas hab ich, glaub ich, gemacht, oder zehn, weiß ich nicht. Nee, zehn, 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 warte, ich hab den Screenshot auf der Playsee. Auf die Playsee, auf der Playsee. So, erst mal war ich mit 9,12, danach kam Smoke mit 10,25 und dann kam Deluxe mit 9,44 und dann kam 2,21. Ja, aber der hat Deluxe auf der, ja, auf der Deluxe hat dann Bartlett richtig, äh, richtig rasiert, ich glaub nicht. Das war ich, ich hatte Elf, ach nee, äh, Tim, entschuldigung. War das Elf, ein? Nee, Elf, zwei, glaub ich. Elf, null, zwei. Das war stark. Ja, Bartlett haben generell nicht so viele Kills gemacht, irgendwie hab ich das Gefühl. Ja, weil Tim alles abgefangen hat von unten, der Keck. Schreck, guck mal, guck mal, vier Kills mit drei T4s, Mann. Also, das war echt wirklich richtig, richtig, richtig peinlich. Also, wie Robert schon sagte, das kann einmal passieren, das kann zweimal passieren, aber nach dem dritten Mal ist einfach nur des Todes peinlich. Gut, meinass, äh, die sind ready, äh, seid ihr auch ready? Wieso fängt meine Mutter um 20 Uhr 8 an zu saugen? Weiß ich nicht. Oh, alter. Ja, ich bin ready. Ich bin already. Also, ready, ready, ready. Okay, der ist los. Jawohl, Manners, Feuer. Feuer, 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 Feuer. Will ich ganz heute wieder Stimmung machen hier? Tim? Ja, ich bin. Ja, logisch, das soll ich schon. Er ist oder Bug? Was soll ich nehmen? Nimm mal Bug mit, wenn du willst. Kannst du gut die Wände mit aufmachen und schnell die Räume mit säubern. Multi, du brauchst keinen Tetscher. Du brauchst keinen Tetscher. Nimm was anderes, was dir besser liegt. Ich hab den Diffuser heute schon den ganzen Tag, als wir drum nur gespielt haben. Ich weiß nicht, was es ist. Nimm, ein bisschen Ping von allen. Ah, nee. Multi hat genau dann sagen. Der Mogu 8,8, sie hat ein 40er Ping. Ich hab einen 59er Ping. Oh, jetzt hast du auch einen 40er Ping. Eben kommt er noch mit 240 an, ne? Und jetzt mit 40, ja, oh Mann. Aber machst du was falsch? Wir sollten übrigens Ash dem geben, der den höchsten Ping hat. Oh Mann, die haben direkt meine Camps. Zwei Camps hab ich gemacht. Ich fahr kurz hoch, dann spiel ich mich drumherum. Ja. Und Haupttüre. Also jetzt trotzdem noch ein bisschen auf Camps achten. Einer ist in den Trophäenraum gelaufen, in den Ruderraum. Ich glaub, der Jäger war's. Mhm. So, am besten wieder hintenrum clearen, Ruder, Trophy, etc. Et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Ich glaub, Kühlstück haben gerade Schüsse raus, bin mir nicht ganz sicher. Nee. Ja, der Smoke ist direkt da, der hat sofort meine Drohne, man. Wo? Ah, okay. Auf der Treppe. Ähm, durch an der Treppe. Kann ich droppe runter? Scheiße, und dann kann man ja von der Küche weg, gleich Puls. Puls unten. Ich hab noch im Klavierzimmer eine Cam. Ich kann also callen, wenn er klaviert. Multi drohnenst du mal schnell, bitte? Ja, ich hab keine mehr. Deine ab, Vorsicht. Deine ab. Nehmen wir noch? Guck, Modellsaal, ich würd gern joggen. Also, Modellsaal, Trophenraum frei. Modellsaal, kannst du erst mal joggen? 1,30. Aber wir sind kurz in der Zeit. Hauptbüro ist frei. Vorderes Büro auch, und dann geht's eigentlich los. Nee, rechts in diesem Raum ist nichts. Keiner. Ja, okay, Mira fällt jetzt zu Dings. Ja. Ja, okay, der. Das ist schwer, Robert. Verschieb nach unten. Ich brauche aber nicht zu sehen. Ich komm hier nicht durch. Durch die Wand. 45. Hinter der Bomber engt einer ab. 30. Ja, die kämpf ja auch noch aktiv. Hat zu lang gedauert, Männers. Und noch Mira. Schön, Jungs. Schön, Jungs. Gut geholt, die Runde. Sehr schön, Jungs. Sehr stark, Männers. Wer hatte denn gerade den Defuser, Robert, ne? Ja. Lag der irgendwo alleine rum? Also mussten wir auf Kills gehen? Nicht unbedingt, der lag, ähm, Kompass-Gegend. Kein Kassel? Was machst du denn, Kassel? Also nicht am Ende der Runde, am Ende der Vorbereitung. Ja, ja, ist klar. Hier fehlt noch eine Wand. Und da fehlt noch eine Wand. Ja, ja, ich hab noch zwei Wände. Ja. Ja, ich mach zwei Kompass. Diese Wand pein, ja, ne? Ja, genau. Robert, äh, ich weiß eigentlich nicht vom Femster ab. Robert, eigentlich die ab? Ja. Wir machen das hier wieder, Max, ja? Haben Sie noch eine Kontaktgranate? Ne, leider nicht. Ich hab beide, beide versaut. Äh, beide versaut. Hebt ihr mal nächste... Na, vielleicht noch eine auf. Okay, ich bin nicht dran. Ja, für den Drop-Leiner. Ähm, komplette Siebseite, kein Leben noch. Hallo, Nico. Geh mal in die Cams. Ah, bin... Bin im Klassenzimmer. Nein, der. Bin im CV, ne? Ich hab nichts aus dem Kern-Lebner. Ne, alles gut, wollte ich nur sagen. Störst nicht. Oh, äh, da drum bleiben können. Haben schon viel Zeit verloren, die haben schon eine Minute ver... Äh, äh... Die Drohne, Tim, anscheinend. Komplette Südseite ist nichts. Außenfern lebt noch. Ja, das ist gut, dass die noch lebt. Erstmal nicht pingen. Holti, schaffst du das da alleine? Ja. Ähm... Tim? Ja. Okay, nein, die Drohne fährt über dir hinweg. Ich weiß nicht, ob die die schon... Also, die sind schon ein großes, äh, kleines Büro drin. Ne, Drohne kommt jetzt von der Treppe runter. Versuch, dich bedeckt zu halten. Vielleicht übersehen die dich. Die sind schon im Büro drin. Die sind schon oben. Oben Tim, C4. Bedeckt über. Ja. Termite kommt zu dir runter. Von der Treppe, offener Gang. Ne, hat dann noch eine Claimor gestellt. Die sind im großen Büro schon drin. Ja. Okay. Ich geh einem vom Klassenzimmer auch mit ab. Die haben... Die haben lang aufgemacht, Jungs. Ja, ja, Hibana ist bei mir jetzt. Brauchst du Hilfe? Ne, ne. Hibana hab ich. Hibana hab ich. Okay. Da ist noch was. Ash und Termite. Ash und Termite. Auch noch in dem Gang. Ey, nächstes Mal nicht smoken. Termite ist bei mir anliegen, Jungs. Bei dir? Ich bin da gleich raus, wenn da gar nichts geht. Ne, ne. Jawoll! Wenn gar nicht nötig. Ja, das... Ja, stimmt. Ja, die ist da oben. Ja, die ist hier gepinkt. Ja, ne. Kommt meine Seite. Ruhig. Ruhig. Oh, dead aim. Slow auf jeden Fall. Könnte aber injure. Wieder bei Multi. Und auch die untere Bibliothek. Ach, das ist schön. Das war ja von denen nicht gut, ne. Das sie mit Hibana da aufgemacht haben. Gerade die Ecke. Doch. Doch. Ja, wir sind... Ihr konntet euch da welche holen, oder nicht? Ja, also... Ja, also... Ja, also... Ich sag mal, es war von dir nicht gut. Wir haben sehr riskant gespielt da gerade. Ja, also... Aber es hat uns sehr, sehr gut zu tun. Wir haben gerade gespielt hier eben auf... Call of Duty. Ja, Call of Duty. Duty. Schöne Jungs, weiter so. Kommt. Fokus, Fokus, Fokus. Stark, stark. Feuer, Feuer, Feuer! Feuer! Habt ihr schon mal gegen die gespielt? Ne. Also, ich bin aber sehr stark, ne? Meinst du nicht mal irgendeiner was unter den Top 6 der Deutschland irgendwie? Okay, wieder Mono. Also, ich spiel zumindest Erstliga-Bereich auch, ne? Oh, okay. Richtig irgendwie auch nicht. Wieso sind wir zweite Liga-Bereich und... ...dreiß dritte Liga? Jäger rennt Richtung Modellsaal Treppe. Camp down. Jäger ist da. Jäger ist offen. So, alle Camps sind down. Jetzt. Tja, alle Camps im Gebäude sind weg. Auch nur noch Autos. Ja. So, wir haben hier gerade rechts von uns was gehört, Multi. Warte, bevor du ausschießt, ich möchte da erstmal eine Claymotion her... ... in den Stellen. Vor das Fenster. Und dann können wir auch... Puls wieder in der Küche. Puls wieder in der Küche. Der muss da weg. Und wir müssen halt rum. Die Bussen sollen... ... da rein. Einer war... ... Rudermuseum. So, immer noch Küche? Ja. Leute, hier sind zwei Leute. Hier sind zwei Leute. Der Smoke und der Jäger. Der Smoke ähmt gerade dein Fenster ab. Und der Jäger ist... Smoke gepinkt. Smoke gepinkt. Jetzt kommt der Gang. Nee, ne, push ihn. Geh rein, geh rein, Smoke. Er ist rein. Er ist rein. Smoke, geh rein. Treppe, treppe. Und... Achte doch, Jäger. Der kann um die Ecke kommen. Jäger beim Büro. Ja, Jäger kommt. Modell. Was? Hey, komm. Puls nach unten. Wo unten? Wo ist denn Puls zuhören, Jungs? Gerüche. Der war Klavier. Klavier-Küche. Direkt vor meiner Nase, Digga. Robert? Hast du nicht gepuscht? Er war gerade weg. Ihr könnt oben nicht lang, Jungs. Puls holt euch mindestens mit dem C4. Wenn er gut ist, oder? Er ist an der Nase, ich habe ihn mit dem C4. Ich muss nicht auf dem C4. Ich habe den C4. Eieieiei. Ja, was soll man machen? Ich denke, es ist ein Modell. Ich darf es nicht kriegen. Besser werden. Smoke. Hat dich gehört. Hat dich gehört. 40 ich habe nur audio gehabt man auch sagt doch an dass du hinter mir bist ich habe nur audio gehabt das musste mir auch an sagen dass du hinter mir bist wie soll ich das ja sehen ja da muss ein call kommen ich bin hinter dir wenn ich den puls jage und er langläuft konzentriert man das haut euch nicht über den haufen ja aber man muss kurz geben schuldigung das ist aber echt geil gewesen damit wird auch nicht gerechnet weiter geht's kommt kommt ist gut weiter geht's wir haben hier die meanforce die haben kompost nicht die meanforce die haben nicht klappen ein schild ein schild ein schild ein schild ein schild das muss auch ohne klappen und ich habe meine schufelte nicht dabei wenn das kein problem wir machen das beste draus kommen wir erst wir haben sich gerade alles geliebt ich meine schon unsere bibliothek die obere bibliothek waren nur eine das nicht mehr war nicht zwei länden müssen noch die sind falschgestimmt ich glaube ich jetzt war ein falsch ich muss eigentlich nicht ah nein warum die tür zu jetzt schaffen wir es nicht mehr zum abahmen scheiße nein es war doch ein headshot und dann kommt Blackbird ach das war Blackbird ja sorry man, das war nett wäre es ein anderer Operator gewesen, dann wäre er tot äh die Twitch ist oben im Klassenzimmer gewesen hallo? ach du bist auch hier oh sie verteidigen wir das denn gerade der im Büro fehlt komplett ich dachte die Grab fehlt komplett vor Modellen ganz ruhig Max oh der wurde hier gedrohnt tot in die Camps, Mo was geht ab? bin schon drin ich bin schon drin ich sehe momentan nichts ja Termite ist vor dem Fenster äh Hibana ist im Büro drin Hibana im Büro vorderes Büro ist jetzt drin jetzt müssen die Läufe irgendwie jetzt regeln ja die Hibana muss äh ist direkt da Multi ne warte Robert ich kann nicht das die Twitch ist auch drin zwei Leute sind da Robert du musst langsam Onspot kommen am besten kommt einer über Klassenzimmer bin ich schon drin ja einer gedroppt beim Dropper bin verletzt ist drin bei Twitch bei W wow ich sehe sie gar nicht Jungs ich will nichts sagen aber dieses up aim direkt an den Fenstersmoke ja völlig unnötig unter aller Sau bei Rank kein Problem Digga da sag ich zu dir Digga versucht alles gut aber beim CW nein ist mir scheißegal ob du den Kill nach 5 Sekunden holst weil da Ash hochgold geile Sache aber ist mir sowieso egal dann das wird nicht riskiert wir brauchen dich Digga die müssen kommen die warum diese Scheiße Jungs Jungs jetzt nochmal einer ist immer Trophy einer Multisplats das passt dann ist einer laufen dann haben wir zwei im großen Büro ja aber die Taktik war sowieso nach 5 Sekunden war im Arsch ja einer mehr muss laufen automatisch du hast du Bewegung drin ja aber ich musste halt drei ich musste grad die haben sich die Hände gerieben haben sich gedacht boah geile Aktion von den Dings ich machs nächste Runde besser sorry Multisplats na komm keine Sprüche einfach machen jetzt ich will darüber nicht mehr reden weiter gehts komm Männer pusht euch jetzt nochmal einzeln fahrt euch hoch jetzt aber echt auch bisschen mehr Drohnen jetzt bitte für Max und mich ja geht insbesondere an wo sind die denn ja oben Ruder ist Trophy wie wir ok Klassenzimmer ich hab meine Drohne Klassenzimmer ok sehr gut hab auch meine Drohne ich bleib erstmal drin ich bleib erstmal drin bis ihr reingeht ja Außerweiter auch nix Klassenzimmer könnt ihr rein obere Bibliothek obere Bibliothek ist nichts ok ich bring Klassenzimmer rein oder Bibliothek nichts ich bring Klassenzimmer drinnen jetzt oben Jäger jetzt kommt Jäger von hinten Jungs obere Bibliothek kommt um die Ecke gleich ja mach die Bibliothek mach die Bibliothek noch nicht noch nicht Tim noch nicht kommt langsam geduckt stark Tim wunderbar ok ich komm jetzt auch erstmal Klassenzimmer rein ok ich Drohne von Kompass aus gefordert ähm Dings wäre hinten geil Jungs äh ich hab eine Clay Stadion wir haben wieder Mira Fenster wir haben wieder Mira Fenster und alles Onspot ich hab Thatcher ich hab Thatcher Lina ist Onspot und hat leicht hängen wenn die vom Fenster geht ist ja geil ja das war Speisesail Treppe Mutti da ist ein Mira Fenster hinter diesem Loch so ich mach mal die Stracheldrappe kaputt Mira Fenster geht auf in 3, 2, 1 ja Mira ist ping läuft weg Mute ist auch ping keine Drohne mehr hat mich durch das Mira Fenster zwei Männer sind noch auf die Treppe Mute ist low vielleicht auch in das über die Vivo von obere Vivo kommt er in Flur nee ist getroppt Puls unten in die Bogenganghalle irgendwie nur eine Onspot Gegend anscheinend Puls nicht nice der Puls ist laufen ich splente plantet und deckt ab ich mach den Vivo ich mach den Vivo äh Vivo ja ja von unten ich mach Treppe du hast noch Klappe schön genau so Mann ich soll grad nicht mehr Männer ist gut so Jungs gut so push dich nochmal smoke diesmal war gut alles gut hat gut geklappt gut so ja der der Call dass ich ans Fenster gehen soll der war saugut ohne Scheiß ähm ja die haben halt größten Spironis lüftet halt ich ja dann gehen wir jetzt Klassensommer wieder ne hey wirft die Kontaktgranate einfach irgendwie auf Hüfthöhe dann haben wir noch eine für den Soffer das war letztes Mal ja ja mach ich obwohl so alle wie wir es grad verteidigt haben war auch gut ist jetzt hier bei 4 Schuss ne 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 alles bei 1 komm kein Sieg mehr ich will keinen Sieg mehr für den Gegner jetzt Feuer da kommen wir Feuer im Rang Robert machst du die selben Wände wie grade eben? mhm gehst du up aim? äh ne dann versuche ich ach bin ich zu spät dran boah Digga ich muss jetzt schon aufreisen jetzt schon viel zu spät ich komm diesmal zu dir hier mit hin ich hab so ein bisschen das Gefühl dass sie hier stärker angreifen werden jetzt ich will schon vorne ich muss auf B bei dir Multi müsste weg sein müsste weg sein die Außencam haupttor lebt immer noch hat jemand von euch das Fensterklassenzimmer aufgemacht? ja naja hat jemand anderes aufgemacht aber da hängt auch grade keiner weil da die Außencam noch lebt nice nur ein bisschen leiser ähm Tim die Hibana ist schon oben im offenen Gang bei dieser Treppe nach oben hin mhm ähm zu uns kommt ne Drohne Max ich krieg die nicht zuletzt bei mir die Hibana ist schon extrem nahe hier die ist hier direkt um die Ecke soll ich wieder Longscope kommen? bei euch versuch mal Tim wenn da nichts ist bei den Jungs aufgemacht ich bin wieder da ihr müsst nicht vorpeaken bei uns ist Kompost auf mhm Blackbeard Büro vorderes Büro schon sieht mich die haben noch nen Läufer Läufer die musst du jetzt kommen dann ja nice nice schönes Ding ich mach schon mal das down weiter nice Blackbeard ist vorderes Büro hier im Büro ja ja ganz stark drin Junge ok auch noch oberer Säulengang ok Blackbeard ist injured ja double down Max auch oberer Säulengang ja kommt rum ich ping ist wie jetzt Büro hilf wahrscheinlich hoch ne doch nicht auch noch Säulengang ich hab 10 nach 10 Wunderbar Männer stark ich hab grad nix zu tun ey starkes Ding alter ich hab Tim die hast du gegeben die Ash ne ich peak rum stark Robert weiter so Junge ne stark Tim alter perfektes auch aber nochmal zum Schluss gut so Jungs gut so komm jetzt lass die Map nach Hause fahren Männers 5-2 kommt das wär was auf der High Map ja das Ding ja das Ding ne ja genau das ist noch besser gib mir mal den Jungs ja ich hatte eben auch Kapitän der stark Männers weiter so Jungs falls wir jemals nochmal letzte Runde Puss machen aus dieser Map ne nein nicht nochmal durch die unteren die Diozeb ja ja keine Rekruten ja 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 ich hab's verstanden man weiter so komm weiter jetzt nochmal konzentrieren nochmal wir müssen jetzt diesen den Puls auf jeden Fall wenn er wieder hier unten unterwegs ist wir müssen ihn schneller kriegen ja ich hab meine Drohne unten aber wenn wir wissen sagen dass Lesesaal nichts ist ja launch grad auch nicht ja Puls läuft Männers warte genau wir holen ihn uns zu dritt ich push mit wir holen uns diesen Puls jetzt ja dann muss Mulzi drohen und Pain auch ja ihr beide drohnt uns die und wir wir holen den jetzt weg darf uns nicht wieder so lange aufhalten ich hab Küche noch ne astreine creme stehen die alle Türen smoke gerade launch smoke launch rennt durch Kamin oder ich hab den Gold hol Küche jetzt der erste Oberlicht der erste Oberlicht gerannt hier unten launch wird abgehängt Puls ist hier unten ping einmal getwitcht ist jetzt in der Küche drin hier kommt die jetzt entgegen Tim Küche Fenster Fenster immer noch immer noch immer noch komm rein komm komm rein geht rein er geht hinten raus er geht hinten raus ist hier drin wall bank Max rechts links von dir gepinkt sehr stark genau so will ich das haben weiter jetzt sie fliegt jetzt sauber kann sie nicht bleiben ruhig jetzt die sieht Ruder aus ja Jäger oben Bruder ich will dass keiner mehr alleine rumläuft keiner mehr alleine rumläuft ich kann nicht ich will jetzt dass ein Rekill Robert war fünf wieder hinter mir ja aber ich war leider gerade am nachladen und lass uns auch von oben kommt Robert Fenster oder andere Zettel ist hier rund den Jäger aus Robert kann ich hoch ja aber da ist ein Loch pass auf noch nicht noch nicht noch nicht einmal checken ja kannst du hoch ich habe auch hier hinten was gehört gerade ich lege hier hinten noch nicht ein Moken ich bin drin beide Büros frei Kompass frei Robert stellst du die Klammer nach die haben wieder das das mirror Fenster Ding noch keine Schild Onsport ist weg Multi aim hinter dir lang am Fenster ist einer am Onsport Fenster ich bin tot am Onsport Fenster hinter dem Schrank ist ein Loch in dem Schrank da hängt der Mute durch der Stattmulti komm na die Mira ist da scheiße obere Bibliothek müssen wir was machen ja Jungs auftritt Jungs auftritt Jungs auftritt kriegt er doch nicht nein das gibt's nicht man das gibt's nicht man die Mira obere obere Bibliothek auf dem da eine Nate hin dann haut der vielleicht ab der war links beim Schrank das gibt's nicht das gibt's nicht die können wir das abgeben man ja geschlossen und man muss gleich der Regal kommen alter mann 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 gegen drei abgeben das ist eine gute frage wer musste jetzt und noch mal nach was war das was war da los ja sorry dass meine das meine das meine und dann wäre ich auch nur für einen läufer wo soll ich jetzt reinforce soll jetzt hier reinforcen oder was hier 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 das büro hier mit dann auch barrikaden da am besten bei den büros hinballern sein apos wird sein apos direkt wenn er auf die termite wand gestellt ja wo soll ich es ist doch latte hier einer die geht eh nicht auf dann wieder blackbird aufpassen die muss eigentlich noch ein apos denn egal ich bin damit wir wissen wer alles dabei ist der dropper ist mit termite aufgegangen ok alles gut ist gut blackbeard wieder longscope fenster beschäftigen der kommt da nicht rein da steht ein schild ach so ich zeige mich jetzt auch nicht ich kriege langsam stress vom vorderen büro die bahn hat rund gerade im büro wenn sie gerade reingekommen ist woher kannst du sie pushen okay kommt kommt direkt einer nach die die steht er gejobb vom ja und er sieht mir auch noch er sieht mir auch noch es bleibt da robert kleine kleines dings haben wir ja ich werde tot getwitcht ich weiß nicht wo die twitch drohe ist ich hab sie noch vier ein kleines büro drinnen twitch kleines büro drinnen das kommt langsam vor sitzt sie sitzt robert die steht langsam vor du musst durch die stache gerade und kleinste du musst durch die stache gerade und kleinste Der liegt auf dem Soffer, der liegt auf dem Soffer. Auf dem Soffer wird der liegen. Pass auf dem Soffer. Ich finde ihn nicht. Ich finde ihn nicht. Sehr stark gemacht, Robert. Mit 4 HP noch 3 oder 3 Leute geholt. 3. Wir haben zurückgegangen. Jawoll, Jungs. Ja, dann nochmal am Ende richtig aufgedreht. 9 zu 5. Smoke it. Taktisch. Taktisch, Dicker. Der Call kam. Da ist ein Schild vom Painster. Aign da nicht hin. Warum, weißt du? Der kommt da nicht rein. Nee, das war für Pain. Du hast den Call gegeben. Die Luke wurde mit Termite Wand aufgemacht. Alarmglocken an. Sofort in Aim. Dafür hast du dir die Wand da vorne aufgeschwatzt. Weißt du, Smoke? Ich hab ja... Weißt du, was ich mach? Ja, ich weiß, was du mach. Dass wir da auf den Boden aufschießen, Pain. Weißt du? Ich glaub, wir schießen da nächstes Mal so ein bisschen auf den Boden auf. Das Ding an sich war gut, Jungs. Das Ding an sich war super. Auch mit deinem Schild da vorne. Ich muss auf Toilette. Nur das Ding war, dass Pain trotzdem noch dahin geaimt hat und nicht mitbekommen hat, dass jemand über die Luke droppt. Nee, die ist vom Bibliothek gekommen. Oder vom Bibliothek gekommen. Also die war auf jeden Fall da im Gang, richtig? Genau. Ja, der wurde nicht abgeaimt. Hätte aber Smoke machen können für dich. Das mein ich damit. Weil das Schild von dir da ja war. Also da kam Blackbeard nicht rein. Hier, das hat ihn am Ende auch die Runde gekostet. Glaube ich sogar. Ja, er ist gejoggt, Blackbeard zum Schluss. Hat mich zwar noch auf 18 runter, aber... Genau, ja. Könnte ihn noch holen. Eine Seite weniger, ne? Ja. Ja. Ja, vorhin hat er mich auch nur geholt, weil ich hatte mich kurz gezeigt und... Ja, sehr stark gemacht, Männers. Also war ne schöne Runde auf jeden Fall. Ja, komm, jetzt können wir echt aufschreiben noch nicht. Jetzt können wir aufs Flugzeug Gas geben. Ja, aber abwarten uns. Also wir haben noch richtige Gegner hier, ne? Also... Äh... Nein, ich mein generell so vom Team-Tier. Was wird denn als dritte Map gespielt, Robert? Ja, keine. Ich bin keine dritte. Es geht um Punkte. Achso. Also maximal 8-8. Wir müssen ja jetzt 3 gewinnen, ne? Sonst ist das Ding verloren. Wenn wir nur 2 gewinnen, also 2,5 verlieren. Ja. Gut, Jungs, also... Das Spiel zu gewinnen, müssen wir 4. Ah, gut. Genau so die Konzentration, wie jetzt auf Bartlett Männers. Wir sind zwar nicht durchgegangen, wir haben es aber oft genug gespielt. Ja, wer weiß, wir wissen, was wir machen. Ähm... Ich glaub, du kannst starten. Der eine... Ja, ja. Ja, ja. Ich kann starten, aber ich wollte noch kurz was sagen, ne? Die ist der Yoga, Alter. Wir haben es oft genug gespielt. Wir wissen, wie wir es verteidigen. Äh... Multi braucht sein Schild. Ich weiß nicht, welchen Operator du nimmst. Ähm... Ich brauch eigentlich hier Jäger. Für Beschweckung. Ja, gut. Dann nimm Jäger. Alles klar. Überhaupt kein Problem. Aus dem Blue Smoke, Robert. Aus dem Blue Smoke für die Küche. Nein, 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 nein. Für die Küche, oder... Dann nimm ich Doc. Nee, 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 ich nehm Doc. Nimm ruhig Smoke. Du hast damit jetzt den ganzen CW gespielt. Ich nehm Doc. Ähm... Alles gut, ne? Wir wissen, wie was verteidigen. Ähm... Smoke macht gleich Dropper oder Puls, ne? Einigt euch schnell. Ne, ich... Es wird am liebsten, weil wegen Kernwerten. Ja, genau. So machen wir es. Alles klar. Auf geht's, Männers. Wir können das Ding holen, hier! Also soll ich jetzt Küche verteidigen, oder was gleich? Ne, ne, brauchst du nicht. Das mach ich mit Doc. Ne? Okay. Ich geh rüber. Und einer ebt mich bitte ab, ne? Wie immer. Ein... Alles klar. Ein Loch rein. Und dann guck, dass... Feuer, Männers. Feuer, 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 Feuer. Und im Hauptgang bitte ein, zwei Estrade. Ja. Ich bin neu, du. Ja, ich nehm jetzt auch... Ich nehm für mich... Schild? Ich kann Schild mitnehmen. Ich hab ja nur Schild. Ja, Valkyrie nehm du Schild mitnehmen. Nehm du Estrade. Nimm du Estrade. Puls C4, Doc Estrade. Smoke. Ja, soll ich auch... Ne, dann hat er sein C4 nicht mehr. Kontakt Mates, Männers? Wir müssen aufmachen, irgendwo, ne? Ne, ne. Ich mach's mit der Schrotflinte. Ich mach's mit der Schrotflinte. Okay. Umso mehr Estrade, umso besser. Ja. Wurdi, ich mach aber erstmal Dings oben, ne? Durcher. Ja, ist okay. Muss halt schnell Attacke machen, ne? Der Schild muss halt schnell stehen, sonst kommt Glass schon wieder um die Ecke. Hm, das stimmt. Ja, ich bin hier dringend gespawned, so? Wurdi, komm, sag schnell an. Wurdi, sag schnell an. Wurdi, sag schnell an. Wurdi, sag schnell an. Ich bin hier dringend gespawned. Was ist da jetzt passiert bei Smoke? Ja, mach das jetzt mal dringend gespawned. Ja, mach das jetzt mal dringend gespawned. Ja, bleib stehen, du kriegst direkt ne Spitze hier. Nicht dringend gespawned. Ja, ich komm einfach mal dringend. Ja, ich komm einfach mal dringend. Wie sieht's mit Jobber aus? Ja, mach ich gerade. Komm, zieh Junge. Ja, das Schild hat ein bisschen Zeit gekostet gerade. Hier wird schon gedrohnt. Hier wird schon gedrohnt. Hier unten kommt was. Alles gut. Hab die Cam, Tim. Haben wir. Sehr gut. Rechte Seite Ash, safe. Aber noch draußen. Wird gedrohnt. Doppelt gedrohnt, Tim. Wird verschieben. Ash wird gleich pushen, Ash pusht. Ich verschiebe Treppe. Oder soll ich? Ja. Bücher auch auf. Klopper ist auf. Schau mal da auch unten drin. Schau mal da der Ash unten auf jeden Fall. Nice, Robert. Stark, du bist. Haben die Cam unten. Schau mal da der Ash unten, haben die Cam. Vor Küche, Thatcher. Ey, Küche rein. Kommt rein. Aha, er ist auf der Treppe. Ash, schon. Nicht ganz Hälfte. Könnt ihr mir den Gang ansagen? Ja, können wir die ansagen. Ah, okay. Die haben kein Glas. Alles gut, alles gut. Nein, in dem Moment, wo ich auf die Drohne schieß. Ash, one shot. Ash auch Küche, one shot. Ash auch. Hey, noch nicht. Das war, das war sinnlos. Das war sinnlos. Wir sagen dir an, wenn die kommen. Ja. Über ne Minute noch smoke. Nicht so viel Puzzle. Ich sage noch mal von Küche auf. Mach mit deiner Strohstinke, genau. Hast du den Gang hinter mir? Ja, aber die haben... Der Standardcam getreamt, Alter. Und dann sind die anderen. Ich muss dir die Combine zu sehen. Ich glaube, dass wenn der Dropper nicht aufhört. Pass auf. Okay. Audio Dropper. Audio Dropper. Nee, Küche, Küche, Küche. Safe call, Küche. Küche drinnen. Ich muss ihm auch zu langen Gang finden können. Nein, der hatte ich da. Chill, Männer. Sie muss... Nein. Das hat sie gehört. Ist die da durch? Ja, kann gut. Ja, aber nur gecroached. Muss bleiben. Bleib, bleib, bleib. Nein, wir sind... Ja... Was machst du da, Smoke? Bullshit des Tages! Wieso pusht du sie in der Küche? Warte, weitermachen. Fokus jetzt. Tim, ich nehme erst. Mhm. Draußen, sag an. Ich kann auch wechseln. Ich kann zurück. Abwechslung. Jawoll. Das alte Bewehrte machen wir. Von hinten nach vorn. Es geht oben lang. Tim, gehen wir zu zweit unten? Oder soll ich mit oben? Parallel? Nochmal. Nochmal. Du am besten oben, ich unten. Ja. Wir brauchen jeweils oben und unten einen. Wahrscheinlich. Ja, ich safe meine Drohne, meine Twitch Drohne. Also nicht, die sind du als Key. Ja. Okay. Na egal, gehen wir trotzdem erstmal so vor. Und die machen die Dropper schon mal auf. Von oben. Die machen schon die Dropper auf. Das heißt, ich denke mal, die wollen oben stark mit verteidigen. Frostfalle an beiden Leitern wahrscheinlich. Das ist nicht ähnlich. Ich sehe alle nicht zwischen denen. Das ist nicht ähnlich. Ich sehe alle nicht zwischen denen raus. ist das da hinten hier unten ja wo wurde ich jetzt angeschossen jungs jungs eine minute gleich rum kommt ja und ich beide noch draußen ist zugekästle schon früh stacheldraht direkt unter der luke aber sonst keiner drin ich habe mich da sofort ab wird ganz schwer hier zu droppen männers der machte da auf links welch rechts auch aufmachen zwischen uns keine chance müssen mindestens drei leute oder so oben sein im kleinen raum nichts valky und smog ich mach auf äh valky und kessel ein ding um mit einem jäger zu ziehen am wörter ne naja der ist um den entschärfer gerade ich auch gerade das haben die nicht schlecht verteidigt ohne scheiss ja so stark gemacht das habe ich noch scheiß egal ich will jetzt nicht den gegner loben das machen ich will dass wir das ding jetzt machen ja wie sollen wir so richtig gewinnen wenn wir jetzt anfangen den gegner zu loben ich bin ich bin ich bin Tim, du musst auch ein Rotation-Hall machen, irgendwie mit deiner Schrotflinte. Was? Das Loch machen, um es sprechen zu ihm. Okay. 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 So wie gerade vorhin war es schon nicht schlecht. Ja. Muss die Linke gleich vorbei gucken können? Geh weg. Geh weg, Penn. Das reicht. Mach hier noch aus bitte. Irgendwann kommt Glass und alle auf den Spots kommen. Die Glass? Bei mir geht unten wieder auf, Leute. Schiffe kamen von rechts. Ich hab die Cam. Oh, bei mir geht Bücher auch schon auf. Beide Seiten sind auf. Ich bin nicht mehr auf der Cam. Die Esch hat jetzt die Cam. Unten. Äh, vor der Küche steht schon jemand. Der Sledge. Hast du noch Stacheldraht? Scheiße. Wir müssen jetzt mal ein Stacheldraht in die Hüte legen. Mann, die Esch. Leute, das ist viel zu viel Audio. Achso. Ibana macht den Dropper auf. Droh noch von unten. Kommt die Küche. Der Stacheldraht ist auf Treppe weg. Oh, warte. Kommt hoch, kommt hoch. Na. Wow. Wieder One-Shot. Der ist oben. Küche entgegen. Komm rein, Max. Ure. Ich hab Esch. Einer piekt in Gang immer. Vor der Küche. Ja, macht er nicht. Gang noch. Ruhig. Gut. Ich hab den Dropper zu. Er hat krank. Im Gang. Im Gang. Im Gang. Und gedroppt. Vorne. 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 Nein. Ich muss nicht einfach. Ich versteh's nicht, wie wir diese zwei Verteidigerrunden abgeben können. Das ist mir ein Rätsel. Einmal die Gleise. Versteh's nicht. Da kam der Termite her auf einmal. Durch das Loch. Und es war wieder Ubisoft schuld, dass ich diesen scheiß König bekommen hab. Reißt euch bitte zusammen, Jungs. Das kann es nicht sein. Ohne Scheiß. wir machen uns gerade den ganzen cw kaputt mit dieser unnötigen scheiße in der verteidigung besprechen was mit oben fluschen wieder Ja, einer oben, einer unten. Ich hab wieder Jäger-Audio gehört. Tschüss. Wo ist Jäger-Audio? Guck mal links noch auf die Fette. Wir sind jetzt wieder mit Kuhn da unten, Jäger-Audio. Unfassbar. Wir können hier nicht in Ruhe drohen, ne? Du gehst runter. Warum bist du auch bei uns? Was? Dings nicht allein. Smoke. Was denn? To Max. Bakery aimed auf den Jopper. Irgendwie müssen wir runter, nirgst nichts. Warte Max, ich bin bei dir. Ist er stark? Ja, alles. Ja, nicht gedroht. Da hinten noch eine. Ja, hab mich. Drops. Drops. Drops in kleinen Raum. Was? Was? Das war eben so ein Pupro-Bomb. Der war verliebt. Pain-less down. Verliebt. Wir machen das jetzt in Ruhe zu Ende, Jux. Anfallen könnten uns auch noch wehtun. Zwei Fallen habe ich. Mehr fand ich nicht kriege. Smoke war Treppe nach unten, Kapkan On-Spot. Küche nichts, Küche nichts. Aber auf der Treppe dann Smoke, ja. Ich kann auch machen. Mach auf. Deck Gang ab. Einer unten Treppe. Keiner Gang, ich mach euch hier. Da sind Puschen her. Ich habe Puls gerade unten gehört. Wir haben die Duelle oben verloren. Vielleicht zwei Mann. Was schaffst du? Ja, dann zu einem gerammte Kapkan. Hätte ich gekriegt. Dann lass uns mal runter gehen, unten versuchen. Ich glaube, da wären wir richtig zerrubt. Die können auf die Hektrachtraum planen. Ich glaube, das schaffen wir gar nicht. Oben haben wir ja eigentlich, haben wir oben schon längst gewonnen. Sorry, dass ich das so klar sagen muss. Aber... Ja... War halt ein bisschen Gier dabei. Ja. So was darf in nem CW nicht passieren. Eigentlich nicht, ne. Ich mach doch mal. Ja. Ja, komm Männer. Ist doch auf jeden Fall machbar. Nee, ist gar nicht. Ja, 4-4. Brauchen wir. Machst du jetzt Schlopper, Max? Ja. Ach, sorry. Mach, mach. Zieh jetzt durch. Ich war grad so im Wings wegen der Kernwärten. Sorry. Ähm. Wollen wir da unten mal kontern? Mit nem Spawn Trap? Nein, nicht mit nem Spawn Trap. Einfach mal abhängen, vielleicht. Ich geh mit runter. Ähm. Smoke, bleib du diesmal in der... Ach so, ne. Genau. Einer in der Küche. Ich mach dich. Multi, mach du mal in die... Ja, ich mach dich zum Schmack. Mach dich zum Schmack. Oh, fuck. Ich bin sofort weg. Ich bin sofort weg. Ich wurde schon gedrohnt. Ich bin sofort weg. Ah, ich wurde schon gedrohnt. dich ohr. Du bist schon durch, komm! Hi. Vor der Küche. dispariert. Sie imitate. Hier bekommen die primer.... Ich guck ein Nobodyk 생각 unsere Gegend. gepusht keine chance wir kriegen Ash unten nicht geholt sorry Leute das war nichts auf Flugzeug ja 2 der 3 Runden komplett abgegeben weil die da unten durchs Loch gekommen sind welches Loch Digger wo war hinten immer die kamen immer nur von einer Seite ja die kamen immer von dem selben Loch da die haben sich ein Loch gemacht ging da gar nichts oder was Nein also